Nächste Woche ist dein Geburtstag. Ohne das Blut deiner Familie stirbst du. Was sollen wir tun? Das ist dein Plan. Was? Eine Hexe namens Mercury war bei mir kurz bevor der Fairbone Hexenrat mich verhaftet hat. Ich soll, falls ich Hilfe brauche, einfach nach Hilfe rufen. Und dieser Plan weist mir den Weg zu ihr. Wer ist Mercury? Weiß nicht genau. Und was will sie von dir? Das weiß ich auch nicht. Was hat das mit diesem Plan auf sich? Du weißt es nicht. Ruf einfach nach Hilfe und der Plan weist dir den Weg. Hilfe. Hilfe! 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 Hey! Wenn ihr zwei nur da sitzen und schreien wollt wie die Irren, dann verpisst euch nach draußen. Entschuldigung. Bitte danke dir. Oder? Ich wo aha! Uh, komm! Moin! Mit dir das Ganzeirsiniz?